Ich bin der Raum in dem alles stattfindet. Hier wird das Licht ausgeschaltet. Für alle und jeden. Hier wird Geld gewaschen. Mit Drogen und Waffen gehandelt. Hier geschehen Dinge, die ihr euch besser nicht vorstellen wollt. Ihr könnt gern alles versuchen. Aber ihr werdet mich nicht kriegen. Wenn ihr denkt, mir auf der Spur zu sein, bin ich doch schon längst wieder weg. Ihr könnt auch gern meine Daten auslesen. Und was dann? Was wollt ihr dann machen? Ihr seid so witzig. Ihr meint nah dran zu sein. Aber was, wenn ich schon längst wieder woanders bin? Das ist alles? Das soll am Ende also dazu führen, mich zu kriegen? Auf keinen Fall. Polizei! Auf dem Boden! Polizei!